Ich kann das nicht, weil es nass ist, kann ich es nicht... Toll. Ist das hier vorne auch nass? Wenn ich das Ganze am Rand mache, ist das da auch nass? Mach's doch hier hinten noch. Oh. Ja, ja, halt's mal. Ja, geht's auch nass, okay. Jetzt wird's mir nimmer kalt. Aha. Aha. Aha, Wasser? Wenn du keinen Trinken mehr hast, dann steigt dieser Wassertropfen so rot an und wenn der voll ist, dann kriegst du Damage. Ich hab ein Bein, warum hab ich ein Bein? Ich hab auch noch Beine und Arme dabei. Kann ich das eigentlich verbrennen? Ne. Also es ist kochen. Willst du verbrennen und nicht kochen? Ne, verbrennen geht nicht. Alter. Ja, dann wollen wir da nochmal rausgehen, gucken. Hast du Knochen vielleicht? Dann lass ich das Feuer erst mal. Knochen hab ich fünf. Äh... Kannst du mir drei geben? Bestimmt. Dann lass ich das Feuer wieder machen. Da war jetzt ein Knochen. Ernsthaft. Kannst du, kannst du mehrere, du kannst mehrere drauflegen, aber dann nutzt du nur einen, ne? Ja. Ja. Das war scheiße. Zum Glück sind's nur drei. Ja. Total beschädig, ja. Aber dass der kaputt gegangen ist, verstehe ich nicht. Immer noch Nacht draußen. Ne, es ist Tag. Ich hab mal den Titel geaktualisiert. Heute Tag sieht man besser. Ich würd gern die ganzen Stöcke hier mitnehmen. Ja, du mit einem Feuerzeug, ey. Ja, so das. Er will das saufen. Stimmt. Ist das doch wohl so, oder? Da hinten? Ja, da im Eck. Nein, da trinke ich was. Alles voll. Gibt's hier jetzt noch, oder geht's weiter? Ja. Pillen. Weißt du, wenn wir hier eh Pillen haben, dann hau ich mir mal welche rein. Bin voll. Gut, ich hab dir hier Schaden gemacht, ne? Deswegen müssen wir... Naja, ich bin erfroren. Das Erfrieren hat mir mehr Damage gemacht, als du mir... ...deine gegeben hast. Aha. Wahrscheinlich geht's jetzt da drüben noch weiter. Ja, in andere Höhe, oder? Wieso ist denn der so... ...so schrecklich untexturiert? Oh nein, da sind Leute. Guck mal, krieg ich PS3-Flashbacks. Das ist, glaub ich, so... ...gerns spät. Das haben sie nicht mehr eingefärbt. Boah, Ruckel! Wenigstens macht das Game heute keine Faxen, dass es anfängt zu laggen und dass der PC ausrastet. Oh, da sind dann kommen sie. Wegen die Babys ist der Speer gar nicht so schlecht. Ja, man kann sich aber nicht, äh... Ne? Ja, die sind one hit down. Da oben ist noch einer. Yo! Hinter dir? Hinter dir! Wo kommt das jetzt hier? Oh. Kein. Kann man schlafen und speichern. Vielleicht keine so schlechte Idee, noch zu speichern, hm? Ja. Ich habe gespeichert. Schlafen brauchen wir jetzt nicht. Tun wir uns nur... Ach, da geht's hoch. Da geht's noch hoch. Ach, das ist mal ein Kanister. Amerikanische Flagge, okay. Warum liegt hier immer so viel... ...gleichen rum? Was haben die gemacht? Na egal, ich gehe hoch. Jetzt geht's da auch noch hoch. Oh Gott! Es nimmt kein Ende. Hier brauchen wir Wasser. Hier brauchen wir Wasser. Hier brauchen wir Wasser. Jawohl. Wodul ist aktualisiert. Was steht drin? Das ist eine gute Frage. Ähm... Erkunde tote Höhle. Ist noch nicht abgeschlossen. Ja, finde Timmy. Bau ein Lager. Bau... Finde einen Weg, die Felswände heraufzuklettern. Ja, das ist durchgestrichen, bloß das heraufzuklettern nicht. Finde einen Weg länger unter Wasser zu bleiben. So, das hatten wir ja schon vorher. Finde ich die vermissenen Flugzeugpassagiere das, ne? Ja, aber da hat sich nichts geändert bei mir. Weiß nicht, du siehst halt absolut nichts, wenn du taugst. Deswegen, ich kann nie abschätzen. Wie weit das ist. Man sieht ja, hier da vorne ist ja diese Lichtquelle, ne? Ja. Aber... Oh, hier ist die Lichtquelle. Die schwebt da einfach. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Ja. Wenn du einmal unter Wasser bist, dann ist es over. Bist du hier oben? Ähm... Ich bin jetzt hier in der anderen Höhle. Du kannst einfach ein Stück weiterschwimmen. Das ist nicht weit. Ja. Ich bin halt kalt. Wir können noch weiter hoch. Ah! Meine Güte! Wie lange ist das noch? Das ist voll schön, aber... Das ist aber nicht du gebaut, oder? Was ist? Ich dachte, da ist ein Feuer. Nein. Da ist ein Feuer? Ja. Ah! Hast du das... Hast du das gerade gebaut? Nö. Nicht? Dann würde ich dich ja nicht fragen, ob du das gerade gebaut hast. Ich habe nichts gebaut. Ne, das war hier schon wahrscheinlich. Oder warte, kann das nicht sein, dass hier... Ernsthaft? Diese Höhle hier ist, glaube ich, die Höhle, wo die gesagt haben, wir brauchen zum Tauchen. Und das ist nur so ganz kurz. Und dann haben wir hier unten Feuer gebaut. Ich glaube, wenn wir jetzt da hoch gehen, kommen wir raus da, wo wir gesagt haben... Ja. Glaube ich. Außer es ist was anderes. Weil wir hier klettern hier hoch. Und dann klettern wir gleich nochmal hoch. Und dann... Wahrscheinlich gleich nochmal. Ja, das kommt mir hier sehr bekannt vor. Sehr, sehr, sehr bekannt vor. Ist das schon wieder ein Mutant? Ist das immer noch der gleiche Mutant? Das wäre ja absolut geil, wenn das immer noch der gleiche wäre. Oh, jetzt geht es da sehr was hoch. Tutul ist da aktualisiert. Ja, kletter du mal. Ich halte hier unten die Stellung. Hä? Hat sich aktualisiert? Irgendwie nix. Oh. Und schon wieder Essen, ey. Das gibt es ja nicht. Aber das geht jetzt sehr... Ich glaube, wir sind jetzt bei uns zu Hause. Obwohl, das kann nicht sein, weil... Wir gerade eben noch ganz nah an der... Ne, das kann nicht die Höhle sein. Aber das muss die Höhle sein. Oder warte mal, war die Höhle... Ach nein, wir sind jetzt am Krater. Die andere, wo wir gerade eben hochgegangen sind, war bei uns. Kevin. Wir wären da bei uns rausgekommen. Und jetzt sind wir beim Krater. Ja. Ich bin jetzt hier oben am Krater. Und ich komme runter. Da sind Leute hier. Ich komme runter. Also war das eine Höhle, wo wir schon mal drinnen waren? Ja, beides. Ja, ja. Ne, ne. Ich meine, hier sind wir... Das war jetzt gerade die Höh... Wir sind jetzt in der Höhle... Ne, beim Krater oben. Wo die Zelte sind. Ja, die, wo wir markieren wollten und haben, oder? Ja, und die andere da, wo wir hochgeklettert sind... Nicht markiert haben, weil ich sehe nix. Das ist bei uns die Höhle. Das ist bei uns die Höhle. Man sieht generell keine Markierungen. Ja. Das war bei uns die Höhle. Ja. Da drüben. Also... Ja gut, aber... Trotzdem... Haben wir hier immer wieder... Haben wir eigentlich... Was denn? Können wir da jetzt einen langen Tauchen, oder? Haben wir doch gerade. Müssen wir einfach jetzt hier so rüber... Oder gibt's da halt noch was? Weiß ich nicht. Aber jetzt sind wir halt wieder... Jetzt gehen wir den Weg zurück. Weil wir müssen... Nein, da ist doch Licht. Da leuchtet doch irgendwas hin. Da muss doch irgendwas sein, oder nicht? Ja, aber dann brauchst du... Wenn du das machen willst, kannst du gerne machen. Ich mach's nicht. Ich bin jetzt da, wo's hinleuchtet, aber da ist nix. Ja, genau. Können wir erst gucken, wenn wir das Atemgerät haben. Ich will jetzt gerne noch die zwei anderen Wege gucken. Aber dann haben wir die Höhle eigentlich soweit durch. Du wirst jetzt nur wenig, wie man jetzt noch wettert. Aber dann kommen wir doch bestimmt mal ganz runter, oder? Irgendwie. Ich bin mit dem Wasser. Im Wasser geht's bestimmt weiter runter. Stimmt. Weil es der einzigste Weg, wo wir noch nicht runter sind. Und wir sehen halt nix, aber wir das Atemgerät schon. Hm. Das macht der einzigste Sinn. Äh... Hier sind alle Sachen, die es fahren. Ja, hier unten ist wohl das Geld ausgegangen. Wir haben so einfach die Texture gelassen. Hm. Also bist du jetzt zurück, oder was? Ja. Was will ich denn da bleiben? Hä? Bist du jetzt da stehen geblieben, oder wie? Also... Wie komme ich denn jetzt da rüber? Wie gesagt. Ja, du musst dich da mal hinstellen, sonst habe ich keinen Orientierungspunkt, wo ich hin muss. Ernsthaft? Wo, was machst du? Wo bist du? Ich bin immer noch da. Ich hab gesagt, da unten scheint ja ein Licht hin. Vielleicht liegt da irgendein Item, aber da ist nix. Keine Orientierungssinnheit. Ja, sorry, dass ich mich im dunklen Wasser nicht sehe, wo ich hin taugen muss. Du musst nicht im dunklen Wasser. Du musst einfach nur, wenn du von dem... Warte. Du kennst das. Der einfachste? Jetzt muss ich den ganzen Blick wieder zurücklaufen, weil ich gedacht habe, wir sind da... Nein, du wirst nicht. Das ist nur zwei Meter, weißt du? Ja, wenn ich mich vertauche, sterbe ich. Ja, komm wieder hoch. Du bist so doof. Das ist einfach nur hier runter. Auch da. Und dann wieder hoch. Das sind nur so zehn Zentimeter dickes Felsen. Das war mit. Ich hab schon wieder mal ganzen Snacks verbraten. Ich hab hier noch was. Speichern. Scheiß, Feuer brauche ich. Geh einfach weiter. Komm weiter. Gehen wir hin, komm weiter. Mach das Licht an. Was ist denn jetzt? Mach das Feuer aus, komm weiter. Lass das Feuer weg, komm weiter. Ja, ich will nur mein scheiß Licht anmachen. Ja, dann lauf mal währenddessen. Dass ich irgendwas sehe. Ja, jetzt brauch ich es auch nicht mehr. Wieso? Draußen warm war. Achso. Müssen wir hier runter gehen. Soll ich hier nicht runterspringen? Ja. Das ist doch gut. Wie alles schön spreiselt, ne? Ich hier. Aber der eine, der so richtig in die Luft geflogen ist, war das Beste. So. Dann da, gehen wir wieder zurück. Ähm, geht das? Ja. Jetzt hier findet ja schon was, ne? Was sag'n' die Map? Was sagt die Map? Naja, es geht. Das ist was? Das ist was? Nein. so müssen hier hoch und dann war ich bin der honger weg wenn ich komplett kann und essen mehr habe dann kriege ich schaden ja dann fühlt sich dahin deine essens anzeige halt zu rötlich und wenn die ganz oben ist dann kriegst du der mensch also das dauert deswegen habe ich auch vorhin gesagt ja meine essens anzeige füllt sich wieder was ich nicht verstanden habe ach jetzt ist ja auch wieder alte pistolen munition jetzt habe ich schon 16 ding jetzt hat hier der kletter max was war das für ein geräusch das ist auch nö naja jetzt ist das Das ist der Galoppel, Heinz. Der ist oben irgendwo, ne? Die machen unser Haus kaputt. Wahrscheinlich. Kommen wir nach Hause, ist das ganze Ding im Arsch. Ich weiß nur jetzt. Ich weiß schon, wo es ist, aber nicht mehr so hundertprozentig. Wir haben uns hier durchgequetscht, genau. Dann sind wir hier runter, dann konnten wir noch da drüben hochgehen. Aber wo das andere ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur das eine. Mal auf der Map schauen. Wo wir noch nicht. Da muss man halt schauen, in welche Richtung das wir noch nicht aufgedeckt haben. Ja. Wie sieht das Licht aus? Ich glaube ich spinn. Ja. 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 Da war's. Waren hier jetzt auch noch Snacks eigentlich? Oder waren hier nur Seide? Oh, das ist ne gute Frage. Ne, nur Seide und... Das kann man immer noch nicht aufheben. Aber wenn du sagst, das ist ein Spot zum Graben, dann müssen wir da wahrscheinlich hin, oder? Und wo ist jetzt eigentlich Gas, oder wie? Klingt so, ja? Neen! Ja, aber ich sehe nicht... Ich kann es nicht nachfüllen. Oh, jetzt habe ich benutzt. Wenn ich es jetzt nochmal benutze? Kann ich nicht. Na gut. Okay. Der benutzt das schon irgendwie. Hm. Ups, das wollte ich nicht essen. Jetzt habe ich es gegeben. Dann hätt ich halt nochmal ein Snake aus. Guck mal, was da oben ist. Eine der andere war noch weiter oben, ne? Wenn wir noch weiter zurück gehen, da war noch ein Weg, ne? Hm. Aber so dunkel ist da oben... Da sieht halt nix, ne? Hm. Mal gleich sehen. Wir haben auch so, als ob das auch ein Ausgang ist. Ja. Glaub ich auch ein Ausgang. Ja, das ist auch ein Ausgang. Achso. Ja. Wo sind wir jetzt? Buh. Wollen wir hier auch noch markieren, oder wollen wir mal lassen? Oh, warte, wir müssen es markieren. Wir sind ja... Naja. Wichtige Utensilien. Aber wir sind jetzt... Bei dem Loch. Ich habe nie zuhause auf die Map geguckt. Ich weiß gar nicht, wo unser Zuhause ist. Machen wir das Blau. Weil Blau ist das Flugzeug. Und Blau ist das. Oder machen wir das, äh... Gelb. Aber unser Haus ist gelb. Was ist da hinten eigentlich das Gelbe? Naja, unser Haus wissen wir, dass das ja das Haus ist. Gelb. Ja, was ist das andere Gelbe da hinten? Oh, das ist eine gute Frage. Haben wir noch gelb markiert? Weiß ich nicht. Ich gehe wieder ran. Und jetzt? Ja, was ist das? Ja, nein. Okay, jetzt. Ja. Dieりました. In Dicht薩, das ist der Liebensw Annem. Ja. Ich gehe über die Dichter.